Sehr geehrte Gäste, liebe Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr, Herzlich Willkommen in der Ortsfeuerwehr Radekast. Wir wollen heute den vierten Berufsfeuerwehrtag in der Feuerwehr zum Faltlein durchführen. Wir haben 2011 den ersten Berufsfeuerwehrtag mit vier Feuerwehrern durchgeführt. Für das Organisationsteam war es eine große Herausforderung. Mittlerweile sind wir fünf Feuerwehren, die dieses Wochenende bestreiten. Für das Urteam heißt es, ab Januar Einsätze planen und organisieren. Viele Anträge ausfüllen und hoffen, dass alles möglich abgegeben wird, was nicht immer leicht ist. Wir setzen alles daran, dass wir auch in Zukunft den Berufsfeuerwehrtag in Radekast durchführen werden. Für dieses Wochenende wünsche ich mir, dass alle Fähren miteinander umgehen. Dass keiner verletzt wird und das Wochenende abbrechen wird. Bitte trinkt bei den heißen Armen viel Wasser und sucht euch ein schattiges Plätzchen, das möglich ist. Wir wünschen euch ein schönes Urminder. Hiermit möchte ich mich bei allen Hälften dem Hochteam bedanken. Und bedanken möchte ich mich auch bei unserer Stadtverwaltung, die es jedes Jahr ermöglicht, diesen Tag durchzuführen. Gut, damit ist die Feuerwehr, die Ortsfeuerwehr Radekast, jetzt die Feuerwehr zum Paltrein. Danke. Danke. Danke.